Ich hab das Handy am Ohr, Bruder, ich mach die Haram-Es in meiner Gegend, grüß mal mit Salam Alek, Richter stellt Fragen auf Bolchons Ache, ich bin mehr Strasse als TomTom Navis. Alle, okay, tamam, jeder der mitmachen möchte, der kann mitmachen. Pro Lacher müsst ihr einen Sub verschenken. Wir gehen rein, ABK, okay? Nicht lachen. 4-3-0-1-0! Oh mein Gott, Digga, Mann. Ich kann nicht ernst bleiben bei dir, Digga. Oh, du hast einfach gelacht. Okay, ich konzentriere mich jetzt, ich konzentriere mich, okay? Ja, komm. Ich konzentriere mich. Ab jetzt. Ich bleib auch richtig ernst, du kannst mich nicht ernst nehmen, ich bin ernst, deswegen. Ja, okay, eins. So süß. Okay, tamam, tamam. 3, 2, 1. Hallo! Hallo! Hey, mir geht's total gut. Keine Angst, mir geht's echt gut. Stimmt doch, Horst, oder? Einfach faul, mein Schwarz. Ich liebe dich über alles. Leute, seht ihr dieses Video hier? Bär hat auch solche Heuschlerfreunde. Und ihr seid mir ehrlich, wer, wer? Ich schwöre, die rufen mich nicht mal, sagen nicht mal, kommst du mit essen, kommst du Kaffee? Nein, die wollen nicht. Okay, dann nicht. Ihr geht euer Pick, ich geh mein... Okay, Leute, Schicksal entscheidet. Zahl ist Problem zusammen, Kopf ist Trennung. Ach, easy. Lag scheiß mal auf diese Schicksal, ha? Bevor ihr euch dem Hate den Kommentaren anschließt, immer erst objektiv betrachten. So, Wichser, warum lachst du ja? So, Wichser, warum, Bruder? Das war so richtig stumpf. Das war so ein richtiger Alman-Humor, Digga. Boah, das hat mich als einmal ein Zehner gekostet. Warst du lustig, dieser Lacher? Nein, das war eigentlich richtig schlecht, aber Bruder, sag ich. Boah, Bruder. Ich schwöre, das war so stumpf, dass ich lachen muss, so, Bruder. Der guckt sich einfach dieses Objektiv an, der Bastard. Wenn du in die Klasse sagst, dann halt deine Fresse in die Klasse, so, wenn du dich abwackst. Deswegen, sag ich, ja. Okay, okay, guck weiter. Zwei haben wir. Sein letztes Mal, wenn jetzt hier kein Löwe rauskommt, oder Hund, oder wenigstens. Sie gibt mir irgendwas von normalem, da gibt mir immer Tiere, Alter, die kenn ich nicht mal. Hund, wof, 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 wof! Digga, in welchem Urwald bin ich hier jetzt hier, an meiner Keulung? Jojojo, was talkst du heute? Jo, Arno Nobrem schützt mich vor Bigades. Pink Nobling Shades, immer ein Auge auf die neuesten Fans. Heedle Tealight Wristwatch, ich bin on fire. Porsche Cayman S-Kette, komm in die Gruppe. Vintage Monster Team, jetzt mal Ausschlüsse. Guck mal, ich hätt gerade meine, meine Haushummel auf Tarek. Ja, reicht doch, Alter. Ich schwöre auch, man ist recht. Junge! Gib das her! Kann ich was zu essen haben? Mach euch mal die Basics. Kann ich was zu essen haben? Das kommt absolut nicht in Frage. Kann ich was zu essen haben? Zahl euch mal das ab, was ihr dir aufgebaut habt, und vergiss nicht, wo du hergekommen bist. Kannst du auch was anderes außer Nein sagen? Du musst jetzt mal hustlen, du kleiner Drecksack. Und das sage ich dir face to face, Mann. Kann ich etwas zu essen haben? Und überleg dir ganz genau, ganz genau, was du mir sagst, wenn du mir unter das Auge trittst. Kannst du dich allein schaffen? Geh raus. Wie soll ich es allein schaffen ohne dich? Was machst du denn? Ja, was ist das? Assalamu alaikum. Ja, ja. Assalamu alaikum. Ja, klar. Moment, der Clip mich so an dich erinnert. Erst machst du die Hausaufgaben fertig, wie ich sie... Wie bitte? Warum hat der Clip mich so an dich erinnert? Welcher? Der, wo die Frau geschrien hat. Weil ich genauso immer mein Willen. Ja, Mann. Okay, lass mich lachen. Lass weiter. Na gut. Ihr seid die hässlichsten Hausaufgaben, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Oh mein Gott, seid ihr... Ja, wu... Oh mein Gott! Krass! ich gebe ihm eine woche ich gebe im 11 minuten schiebetür ist fertig oh no i hope i don't fall hey bruder meinst du es ernst bruder der ist doch nur die treppen runter gefallen bruder hätte von mir kommen können bei arbeitsunfall gibt es halt auch so das war stark der war gut scheiße du hast mich geballert was soll ich mein vater sagen oh mein gott was soll ich mein vater sagen der fährt mich tot ich fahre ganz schnell kommt auf einmal ein aischerchen ich knall aus dass ihn gegen ein auto weil ich diesen aischerchen nicht überfahren wollte was soll ich mein vater sagen bruder einmal fatiha für den bruder einmal fatiha für den los fahr doch mal weißt du eigentlich mit wem du hier redest was glaubst du denn wer hier vor dir steht ich weiß es einfach nicht mehr keine ahnung oder richtig rade weiter die folge bruder ich werde aggressiv langsam weil ich jetzt nicht einmal gelacht habe das besser wurde diesmal wenn man einmal verliert wenn man einmal nicht lacht das besser wurde es teuer wenn man sich mal lachen bruder wir haben aggressiv hey y'all we're turning this into a trickshot account in the lens on your head was ist das neues update oder was oh mein gott mach mal kurz zurück bruder mach mal kurz zurück scheiße ist das neues update noch zurück noch zurück kennst du das nach ramadan bruder kennst du das nach ramadan bruder warte warte ist das knosemien oder das hier das hier aber vergiss mal das was oben steht das ist der modus nach ramadan bruder 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 scheiße wir sind durchgefallen bruder es tut mir leid chat was tut mir leid black live matter was ist das neues update oder was und du kleiner ru ey vito lass mal abschucken Scheiße, ich hab wieder gelacht. Walla, es bist du. 1 zu 1. Ich schwöre auf alles, es bist du. 1 zu 1. Ich lass abschreiben. Nein, erstmal Skateboard-Trick, sonst so, Bruder. Erst Skateboard-Trick, sonst so, Digga. Scheiße, okay, Digga, weiter geht's. 5 Std. Ach, du Scheiße. Diese Heuchler, diese Blender, Digga, die regen mich so auf, Alter. Die regen mich so auf, diese Blender. Ey, Mama, du hast da was an deiner Hose, dreh dich mal bitte um. Boah, hast du einen fetten Po. Sehr witzig. Das Dach von Allah ist ja hart, Bruder. Ich kann Football-Spieler werden. Oder König. Oder Astronaut. Kleingeld. Ein bisschen Kleingeld, Ma'am. Hart, ja. Heute sei ich euch, wie man sich wehrt. Kommt ein Angreifer, Gewalttätiger, immer Gewalt aus dem Weg gehen. Ich kann einfach sagen, halt, stopp, jetzt hol ich die Po. Ja, halt, stopp, bleb, ba, ba, ba. Oh, dann sagst du, dass es böse wäre, wenn ich's so jetzt hier machen würde? Ohne Po, job, sorry, good gaming, just a little bit of a jam. Auf diesem Schild steht, hier ist kein Hundeklo. Ein Glück, dass ich kein Hund bin. Rosen sind rot, in mein Zimmer ist ein Schalter. Ja, ich bin mich gerade so leid. Hä, wie kommst du denn da drauf? Man sieht's doch. Kümmerst du dich selber um den Haushalt hier oder hast du auch eine Hilfe? Ich hab ne Putzfrau und ne Putzfrau. Also meine Frau und die Frau. Ja, der Scheiße, wieder verloren Cousin, Digga. War das Flair gerade? Nochmal? Ja, ja, das war Flair. Deswegen fand ich das nicht witzig, alles klar. Das war Flair, ja. Okay, warte, ich verschenke die Subs. Ey, okay, danke, dass du da warst, mein Schatz. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich danke dir, Bruder, ich danke deinen Chat. Oh, vielen, vielen lieben Dank, ne? Ich krieg jetzt noch die Musik-Reactions mit den Leuten, mit den netten Damen und Herren, die hier am Start sind. Erstmal fünf Subs. Zehn muss ich verschenken, Sibbi. Ich muss zehn verschenken. Alle, Bruder, Waller, ich muss doch zehn verschenken.